Für mich ist es interessant, an der Sozialarbeit den Menschen eingebettet in sein Umfeld wahrzunehmen. So kann ich an verschiedenen Stellen Anstösse geben und Veränderungen bewirken. Lebendig, kritisch, offen, vernetzt. Das Ziel der Sozialarbeit ist es nicht, für andere Menschen zu denken, sondern eigenständiges Denken anzuregen. Sozialarbeiterin sein heisst nicht nur, sich mit sich selber und dem Klientel auseinanderzusetzen, sondern über die Grenzen zu schauen. Politik und Wirtschaft haben einen grossen Einfluss auf uns. Diesen Einfluss sollten wir immer wieder kritisch hinterfragen.